Warum sind Frauen so verrückt auf Schuhe? Was wäre ohne das Internet? Nach wie vielen Jahren ist ein ICE vollständig zerfallen? Was soll das Menschengeschlecht aus seiner Gottlosigkeit machen? Und warum habt ihr das Mittelalter gehabt? Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Warum sind wir solche Hosen scheiß? Warum ist bei den Zahnarztgeräten immer so ein kleines gelbes Gummi um die Geräte drum? Was ist Leben? Also ich frage mich manchmal, was ich später mal machen werde. Warum kann man das Leben nicht überleben? Warum macht die Stadt Karlsruhe so wenig für Kinder? Aber für den KSC, da ist viel Geld da. Warum ist das Meerblau? Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Soll ich sie ansprechen oder nicht? Und was ist hinter dem Universum? Haben wir heute zu wenig Ängste und zu viele Möglichkeiten? Was hat das Stellen und Sammeln von Fragen mit Kunst zu tun? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.